Hallo alle und heute machen wir Langsamer Wolter. Right foot close change and left foot close change. Schauen wir uns das an. Schaut so aus, damit ihr das zuordnen könnt. Wir haben eins, zwei, drei, eins, zwei, drei. So ganz einfach, der Herr geht vorwärts und die Dame geht rückwärts. Und jetzt, damit ihr das zuhause mitmachen könnt, machen wir's geträumt. Kehr geht vorwärts, Dame rückwärts, Iger, Sian und rechts. Dame links zurück und dann machen wir alle gemeinsam Seil schließen. Ich gebe dir noch einen Tipp, vielleicht wenn der Balance nicht so gut ist, wenn ihr ein Wildlifts separat machen, gib einfach die Hand so her, dass ihr ein bisschen Stabilität könnt. Und wir werden immer gut synchronisieren. Wir werden immer besser beginnen. Und eins, zwei, drei, eins, zwei und drei. Genau. Drehen wir um. Für die Damen zuschauen. Um. Eins, zwei, drei und eins, zwei, drei. Ja. Gut. Schauen wir's jetzt einfach aus verschiedenen Richtungen gemeinsam nochmal an. Das heißt. Ganz normal Standardfall. Schon gesagt, die Dame steht weit rechts von mir. Ich starte rechts vor. Dann starte ich links zurück. Wie immer vorwärts, dann rückwärts. Um. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Genau. Schauen wir's jetzt in der Richtung nochmal. Um. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Schließen. Rückwärts, zwei. Schließen. Rückwärts, zwei. Schließen. Rückwärts, zwei. Also, das war jetzt nicht unbedingt schwer. Aber, ihr werdet euch auch merken, wenn ihr unsere anderen Tipps anschaut, diesen Schritt, den brauchen wir. Ja, ganz wichtig, weil mit dem Schritt können wir unseren Nacho-Turn, also Rechtsdrehung mit einem Reverse-Turn, mit einer Linksdrehung verbinden. Ja. Und ihr könnt mit diesem Schritt und den Tanzflecken tanzen. Gott sei Dank. Und der Mann geht immer vor, der Darm geht immer zurück. Es ist nicht so, ähm, Aufwechslung. Aber vielleicht seht ihr irgendwo am Platz und genau das Prinzip. am direkten Weg mit Right-Foot und Left-Foot-Change. Genau. Und so habe ich begonnen, als Kind so zu den Balzen zu lernen, nur mit diesen Schritten. Ah. Es war lang hier. Ja. Das wollte ich nicht sagen. Okay. Viel Spass beim Üben und Umsetzen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja.